Ja super, er hat das gemacht und wow, sieht aber aus wie in Deutschland, tausend Kartons so machen das. Also was mich besonders gereizt hat an dem Drehbuch war tatsächlich die Action-Lastigkeit. Das ist wirklich ein Film, der hauptsächlich oder drei Viertel aus Action-Szenen, aus Rennen, sich prügeln, geprügelt werden, besteht. Ich bin jetzt nicht unfit, aber das Quäntchen mehr hat mir geholfen, hier diese 40-Grad-Tage durchzustehen. Fixieren. Und jetzt drehen wir sozusagen den Voranschluss, wie wir hier gerannt kommen und tschuhu da reinfliegen. Hier rein, hierher, komm!